Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, das heutige Video wird ein bisschen unspektakulär. Wir haben nämlich noch eine Ankündigung zu machen und die kommt jetzt. Also Leute, ihr wisst es, nächste Woche ist ja wieder Halloween. Auch wenn ich durch die Maske nichts mehr sehe. Nächste Woche kommt dann auch wieder ein Special von uns. Ja, vielleicht kennt ihr noch das Special vom letzten Jahr. Hier mal ein kurzer Ausschnitt. Hallo, mein Name ist Van de Katten. Ja, auf jeden Fall komm Dienstag an Halloween. Der Kurzfilm. Der Kurzfilm, ja. Ich denke, das wird ziemlich geil. Schaltet alle ein. Wir haben richtig coole Ideen. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Es wird nicht so brutal wie letztes Mal. Es soll auch noch ein bisschen lustig werden. Ich würde sagen, wir haben noch eine Info für euch. Weiter geht's. Das war schon für uns schlecht gefällt. Ja, wir hoffen, euch haben die kleinen Aufnahmen gefallen. Ja, und jetzt wollten wir mal ein bisschen darüber reden, warum wir unsere Drohne so wenig benutzen zurzeit. Ja. Und ob wir überhaupt noch eine Drohne haben. Ja, wir haben noch die Drohne da. Sie ist aber kaputt. Nee. Die Drohne ist tatsächlich auch noch nicht kaputt. Noch nicht? Nee, das Problem ist, es fängt jetzt gerade auch schon wieder an zu nieseln. Also wir haben wirklich die letzten Wochen und so immer schlechtes Wetter gehabt. Nee, nicht immer. Aber so die meiste Zeit. Und dann hat man meistens auch sehr lange Schule. Ja, wir haben einfach wenig Zeit. Das ist auch der Grund, warum auf dem Gaming-Kanal so wenig kommt. Ja, dazu gibt's aber auch Infos auf dem Gaming-Kanal. Dann könnt ihr mal rübergehen. Link in der Beschreibung oder so. Das wird der Findschau machen. Nee, aber nochmal zurück zur Drohne. Ja, also wir drehen ja meistens nur Videos, weil wir nicht länger Zeit haben. Samstag und Freitag und Samstag. Vielleicht auch noch Sonntag. Wenn's in diesen Tagen halt nicht schön ist, dann können wir die Drohne nicht einsetzen. Ja, das ist halt so das Problem. Und deshalb kommt es halt wenig zum Einsatz. Eigentlich wäre da mal wieder Zeit für ein paar Aufnahmen, oder? Ich würde sagen, let's go! Tschüss. Musik 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 Never to be seen again You